ich glaube ich stehe im wald hallo leite heute gehen wir uns mal ein bisschen was um der hartrand angucken wir stehen im benjetal bei neustadt an der weinstraße bekannt da gibt es unter anderem ein stein nachher wie hier dann gehen wir uns mal angucken ja und dann gucken mal was uns da noch so erwartet weil ich habe jetzt eigentlich nur so dass dann eine hei auf dem schirn allerdings gibt es da auch irgendwo all die ruine aber von der ist nämlich ganz so viel übrig aber wir gucken jetzt einfach mal viel spaß so 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 Jetzt habt ihr da mal noch ein Schäfersteckchen gesehen, gell. Ist ausstrengend. Felser Weinsteig, der hat es immer gut in sich, stelleweise. Das ist quasi der Eselzweck, der geht dann weiter bis auf Dyson. Da schicke ich euch, mach ich euch mal noch ein paar Links da unten rein, weil da gibt es auch Traditionen, wie so ziemlich zu allem. Ich hoffe, die Klärrunde hat euch gefallen, beziehungsweise aus der Klärrunde ist dann noch wieder was größeres vor, aber das ist ja das Zoll am Wandern. Man schlittert von einem Weg in der anderen. Ja, dann bleiben Jack gesund, gell. Bis bald. Tschüss.